Piu, 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 piu. Guten Tag. Hallo. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Turbolader. Ja? Ja, es raucht bei der Fahrt und der Ladedruck ist auch nicht in Ordnung. Macht Ihr Auto eher Brumm, Brumm oder Brem, Brem? Alter, was ist das für eine dumme Frage? Der Turbo ist kaputt. Brumm, Brumm oder Brem, Brem? Alter, du hast ja gar keine Ahnung von nix. Hol mal einen anderen Kollegen ran. Okay, okay. Linus, Linus, komm mal. Hallo. Hallo? Der Herr Mann, Sir, hat ein Problem mit seinem Judo-Vater. Turbolader. Ah, okay, verstehe. Macht Ihr Auto eher Brumm, Brumm oder Brem, Brem? Alter, ihr wollt mich doch komplett hops nehmen, oder? Ihr habt ja gar keine Ahnung von eurem Scheißjob. Oh, du hast selber keine Ahnung. Mhm, stimmt wirklich.